machen wir hier mal weiter ich muss noch die aufnahme von gestern umbenennen gut Falscher Knopf. Ich habe eben noch ein bisschen Staub, äh, Staub. Ups. Ja. Ich habe vergessen, was los war. Ja, ich habe vergessen, was ich hier gerade mache. Ich sollte vielleicht mal den Mauszeiger rausschmeißen. Die Spinnenform gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, haben wir schon mal gemacht, ne? Ich muss echt mal meine Spiele-Video fest. Das kann man auch erwarten. Das ist ja ein Lümmel. Die Spiele-Video fest. You'll pay dearly for what you've done. You cannot start to win. This war is a dream and a dream. To the miracle of that. Während Bayonetta kämpft, treten ihre Seele und die dem man Resonanz erzeugte eine besondere Energie. Drücke bei voller Energie. Ja, kennen wir. Okay, das ist cool. Ist das gemein? Ah, das ist ja gemein. Zappel-Energie durch alle mit dem Furt. Ow. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade jetzt gemacht habe, aber kann man mal machen. Ist ja da gerade eine Stadt. Empfehle ich dir Kavir dazu. Was zum Geier? Wollte doch schon sagen. Das war leicht unfair gewesen. Ah, okay. Ich bin gerade extrem schlecht. Hallo Yuna! Ah, dieser Lappen hat... Oh, ist das mies. Mit diesen verschiedenen... Oh, ich hätte nicht gedacht... Ich weiß nicht, ob wir den Justin heute sehen, der ist am Salsa Forrest spielen. Ich bin noch ein bisschen am Husten, wenn der Staub kitzelt in der Nase, ich werde mich halt gerade ein bisschen an den Staub saugen. Das ist gemein. Hexenwerk vollbracht. Das ist irgendwie jetzt besser, als er wartet. Ja! 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 Ich würde zwar nichts sagen, aber so eine kleine Spinne ist normalerweise nicht so stark. Ja! 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 Ich habe dem großen wehgetan, he! Hehrlich... Ja. Nicht gut. Wie hab ich... Wie hab ich es denn geschafft, Gold zu kriegen, wenn ich so oft gestorben bin? Au. Au. Erz-Eva. Wer ist denn die Erz-Eva? Achso, die Bayonette soll das sein. Nein, sie... Wir haben eine neue Waffe. Ich nehme sie von hier. Ich finde es halt eigentlich komisch, weil... Warum ist unsere Bayonette, die wir spielen, viel stärker angeblich als die anderen? Aber wie die ursprüngliche Erz-Eva sind. Okay. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Die Nexus zu finden und die Barriere zu... Ja. Das ist was sie gesagt. Ja, das ist erredent. Okay. Okay. The real heartbreaker. Er hat sich jetzt gerade das Herz ausgerissen. Jo. What the heck? Kann sein, dass Jonas Haustrachen gewachsen ist. This is Godzilla! Ah, die kennen das ja schon echt cool. Sundengomorra. Well der Verheerung. Das geht doch immer wieder eine Nummer größer. Au. Au. Warte mal, ZLS-Blocken, ne? Ich schaff das doch nicht. Dieser Lümmel! Hat er geblockt? Au. Au. Aber wenn man da wenigstens was sehen würde. Schwanz auf Schwanz. Das... Klingt nicht gut. Ich schaff das forestiert. Ja. Oh. Au. 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 Oh, ist das gemein. Man weiß halt nie, was man machen soll. Warum ist sein bis jetzt durchgegangen und meiner nicht? Ist ein bisschen schneller als ich, ne? So, jetzt könnte ich doch theoretisch ein paar Mal schießen, bis der ankommt. Der ist doch dumm. Au. Weißt du, mein Bist braucht dreimal so lang. ZR. Ach so, ja. Natürlich, das klappt noch. Das war ein knappes Ding. Aber Junas Heindrachen lässt sich nicht so einfach. Ab, ab, yo. Ich weiß nicht, ob das wirklich dein Haustier sein sollte, Juna. Das sieht doch ein bisschen eklig aus. Als Hinus Haustrachen. Da bin ich fest von überzeugt. Ja, Bronze. Okay, ich hab viel zu... Es war viel zu knapp. Ich kann diese Monster kämpfen nicht. Es sind schon was Besonderes, die Viecher. Die Frage ist nur, wie lange hält das Bayonette aus? Ich weiß, dass die meisten von Inferno liebt ein Geräusch von den Reichen. Aber ich bin sicher, dass du jemanden verletzt. Die Erz-Eva ist gefallen und diese Welt wird es hier schon bald gleich tun. Ich kann unser nächstes Runde-Wo kaum erwarten. Dieser Lümmel war immerhin aber so ein Getriebe. Dafür haben wir uns buchstäblich das Herz rausgerissen. Wortwörtlich. Warten war noch nie meine Stärke. Ich nehme an, dem Mädchen geht es ähnlich. Aber was hat der damit zu tun? Naja, Silber. Neue Waffe erhalten und neue Dämon-Encounter. Cool! Das war Godzilla gegen Gomorra, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Premium-Hammer. Zubehör Premium-Hammer. Ja. Erstmal... Die Online-Regel. Oh, wenn man da so einen Grinding-Kampfmodus, Endlos-Kampfmodus zu zweit machen könnte. Das wäre cool. Ich weiß halt nicht, wie man da sonst zu zweit spielen sollte. Jo. Ich weiß nur, dass hier die Kacke am Dampfen ist. Wir können vom Glück reden, dass ich in Kampflaune bin. Okay. Infiltriere das Labor. Misch nicht, Start. Ähm. Die John ist ein viel besserer Vibe, dieser James Bond. Die John ist ein viel besserer Vibe, dieser James Bond-Kampfmodus zu zweit machen. Das ist viel, ne? Aber geil. Aber kein Gip. Panther oder so, meine ich. Ah. Centipede. Centipede im Wasser. Und es gibt... ...verschiedene Waffen. ...verschiedene Waffen. John's Spy-Action. Bin ich mal gespannt. Das war knapp. Das war knapp. Kein Anschluss unter diese Nummer. In dieser Basis werde ich wohl einiges... ...werden wohl einiges an Steuergeldern gepumpt. Was hat das mit Steuergeldern zu tun? Hallo. Interessanter Move, John. Aber die hat ihren Biss nicht verloren. Ich kümmere mich eben selbst in die Bastarde. Ei, ei, ei. John, John, du böses Mädchen. So. Ein besonderes Kraftfeld innerhalb der Basis beeinträchtigt. John's Magie. Höllendämonen können nicht beschworen werden. Nutze Lüftungsschächte. Ja, wir kennen das, glaube ich. Waffen, wir wissen, was denn nicht beschworen. ...wachen Sie. Wachen Sie. Wachen Sie. Wachen Sie. Wachen Sie. Ah, hier kann ich mich verstecken, okay. Die Dinger bewegen sich automatisch. So. Ja, kann man mal machen, ne. Ah, das sind so Spielereien. Okay, das kann man machen, wenn man Bock drauf hat. Kann man mal machen, wenn man Bock drauf hat. Nun sollte man mit der Steuerung wieder klarkommen. So hätte ich theoretisch hinter den gekonnt. Dreht er sich auch rum? Ja. 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 Aber nicht zweimal springen, ne? Schade. Ich bin hier noch nicht so ganz fertig. Dich! Och, komm schon. Ah, ne. Ich kann ja gar nicht. Ich hab ja ein Zeitlimit. Oh, okay. Ohne Zeitlimit wäre das ganz cool. Ah, ne. Ich muss das Ding erst freischauen. Oh, fuck. Aufzug. Au. Au. Ich muss ja auch immer wieder auftauchen. Ich dachte, was tot ist. Okay. Verstehe. Ja. Ups. Ah, scheiße. Ich kann diese Mission echt nicht. Ei, 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 ei. So, die Movements kenn ich, aber die sind halt alle irgendwie... Ich glaube, hier gibt's noch Zeit. Und jetzt! Und jetzt, hoffentlich. Du bist einfach weg. Perfekt. So. Oh. Oh. Oh, okay. Oh. Oh. Oh, das ist ja genau. Oh, was? Oh, ja. Posieren, okay. Ah, kann ich mich da... Verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber okay. Kann ich hier noch irgendwas mitnehmen? Ist interessant, dass die Jeanne halt auch so posiert. Okay, kann ich mich theoretisch heilen? Okay. Oh! Ja, das kannst du schon usen. Die Frage ist nur, willst du das usen? Oh, komm schon! Warum muss ich bei dem Schuss nach vorne klettern? Warum hat die sich jetzt nicht festgehalten? Au! Ich würde noch richtig verkacken. Oh, komm schon! Ich bin echt... Nee. Also entweder ist heute nicht mein Tag... Oh, oder ich habe echt ein Problem mit diesen Missionen. Warum geht's jetzt auf einmal? Du hast halt auch echt kaum Damage, ne? Du hast das schon. Ich sehe mal damit auch... Huh? 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 Na, wenn ich hier oben lang gehe, dann müsste ich doch eigentlich hier wieder rauskommen, oder? Super. Aha, da kann ich mich wieder. Ja, ist ja okay. Dieser kleine Spanner. Ich habe schon für weniger gekillt. Au! So. Nehmen wir das mit, gehen hier rein. Nein, das doch nicht. Bastung war ja. Was zum Geier. Lol. Ja, kann man. Ich dachte, ich bin unbesiegbar. So, jetzt aber. Ich hoffe, dieser Dr. Sigurd hat sich aus Tränen zu halten. Ei, 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 diese Passagen, die rauben mir so den Speed. Oh mein Gott. Oh, Spaß. Tod von oben. Ja, Silber, ich bin ja gestorben. Ei, 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 ei. Au, 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 au. Wie war dein Samstag, Luna? Warum hat er jetzt zweimal einen Dart-Fall geworfen? Hm. Bisher ganz gut bei mir. Ja, wie gesagt, ich hab ein bisschen Dingsbums gemacht. Ähm, ein bisschen Hausarbeit. War noch ein bisschen bei Portia, so ein bisschen am Zocken. Also nicht viel. Möglichst so ein Gammeltag heute. So, ich will mal gucken. Ich würde gerne meine Waffen mal auswechseln. Ja, das gefällt mir. Die Waffe selbst gefällt mir. Die Spinne nicht so. Aber sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ich müsste gerne nochmal hier komplett umgucken, aber... Wie zu sehen, gibt's hier ja nicht. Also von daher... Jo. Oh, okay. Ich dachte, da wäre irgendwas Besonderes. Hm. Gut, dann halt nicht. Die Blades. Also mit solchen High Heels... Könnte ich nicht inline bladen. Aber ich hab ja noch nie welche getragen. Ich glaube, da presidency. Das war's für heute. Du musst die Bäume platzen? Machen wir da was? Okay, mit der Spinde macht's doch richtig fun. Wie soll ich denn die kriegen? Oh, fuck. Ich drück noch B für den Kameraturbo. Oh, wie kann man denn... Ich... Ich will's ja nicht sagen, aber... Oh, komm schon. Das kann doch nicht sein. So schwer ist das jetzt nicht. Nur weil ich zu blöd bin. Irgendwie... Oder weil die Steuerung nicht knackig genug ist. Okay, das war jetzt... Aber immerhin Hexenherz. Super, maximale Lebenskraft. Nehme ich gerne mit. So, ich muss mich erstmal wieder ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, hab ich das Gefühl. Mh... Mh... Naja, nicht überall. Kann ich mich auch wieder zurück verwandeln? Danke. Ich weiß nicht, ob ich da hoch bin. Sieht aber für mich jetzt nicht so erstrebenswert aus. Die Blades finde ich ja schon ganz cool. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Die Frage ist nur, wo führt der Schlüssel hin? Ich habe nämlich das Gefühl, wie lang muss ich? Aber mit dem Schlüssel kann ich irgendwas öffnen, wo ich nicht lang muss. Frage ist nur, wo? Die Frage ist nur, wo? Wo? Also, ich Clarke bin, dass ich eine nehm ich mit. Kein Problem damit. Guck mal, da geht's theoretisch auch noch irgendwie lang. Ich hab einen von vier Puzzleteilen gefunden. Die Frage ist nur, warum, weshalb, wieso. Hä? Ich kann hier nicht lang. Okay, dann ist es komisch. Warte mal, ist hier vielleicht irgendwas? Ja, aber nichts, was verschlossen ist. Oder brauche ich den Schlüssel wirklich um dieses Tor zu öffnen? Das wäre aber komisch, dann wäre der Schlüssel nicht so versteckt. Bin ich ehrlich? Ist hier unten irgendwo was versteckt? Müsste eigentlich. nicht. Haha. Ich würde aber noch mal kurz das Baby machen. machen. Wenn ich "'Sinnen 2-4-3-5-5-6-6-8-6-6-7-7-7-7-7-7-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-7-7-8-7-7-8-7-7-10-7-7-7-7-7-6-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-8-7-7-7-8-8-iembre. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was gab's hier? Eine Mondperle! Mehr Magie! Maximale Zauberkraft! Gut, hat sich gelohnt! Vielen Dank dafür! So, bestimmt wieder so ein... Wieder ein Hexenherz? Oh, okay. Kingen also Belohnungen, wenn wir hier das ein oder andere... Bäumelein abgrasen. Gut. Gut. Sehr, sehr gut. Danke dir, Madame. Madame Butterfly. Where are you? What are you doing? Rum, rum, rum! Tausende erstmal. Fett. Motorrad. Hat er das gerade mir geliefert? Warum ist der freiwillig zu mir gekommen? Na gut. Will ich mich nicht beschweren. Hat sich bis jetzt gelohnt, alles gut abzugrasen? So, lass mich mal ganz kurz überlegen. Kostüme. Habe ich wieder was Neues? Ja, so ein Lila. Wäre jetzt auch nicht schlecht. Weiß fühle ich nicht. Die Haarfarbe fühle ich halt echt nicht. Also, wenn ihr da Wünsche habt, ne? Gerne äußern. Zumindest im Stream, nicht im... Ja gut, das ist klar. Ich habe keine Techniken. Mondperle. Zwei von eins. Ich kann die sammeln. Und da muss ich das erstmal freischalten. Das muss mir doch mal jemand sagen. Gut. Theoretisch machen sie das hier auch. So, hier können wir natürlich... Madame Butterfly Farben einer Welt. Jetzt weiß ich, woher... Boah, was frei ist, ist frei, ne? Ich meine, komm schon, wir haben ja mehr als genug. Ich will zwar nichts sagen, aber... So, Bayonetta. Cleanere Fledermaus. Ja, kann man mal machen. Gomorra. Wollen wir doch mal auch... Gomorra ein wenig. Gigatonenbiss. Ich meine, warum eigentlich nicht? 1500. Ja, mehr haben wir nicht. Okay, die Waffe benutzen wir hier jetzt nicht. Aber theoretisch könnte ich bei der Spinne ein bisschen was machen. Das war's. Gut. Reisen wir in die nächste Welt. Sozusagen die Overworld. Und wo sind wir jetzt? Geist. Hm. Technik fühle ich jetzt noch nicht so ganz. Aber die Waffe fühle ich. Spinne hält sich in Grenzen, würde ich sagen. Aber wie gesagt, die Waffe fühle ich. Damit kann man gut die Overworld mal ein bisschen abgrasen. Ich habe das Gefühl, da lang muss ich und hier lang will ich. Ich meine, ihr kennt ja meinen Spielstil. Mittlerweile, hoffe ich zumindest. Dass ich immer erst dahin gehe, wo ich eigentlich nicht lang soll. In der Hoffnung, irgendwas zu finden. Wunderbar. Ja, der Spinne muss ich mich nicht jederzeit verwandeln. So, jetzt will ich erst mal gucken. Ich habe doch so viele Sachen jetzt eingesammelt. Sind das... Nee, das sind... Braun mit Y. Ah. Ah. Ich habe keine Ahnung, wie viele goldglühende Schüsse ich habe. So, sieht doch ganz gut aus. Erst mal ein bisschen braun. Auf jeden Fall. Ich würde sogar gerne erst mal ein paar kleine Lollis machen. Und einen großen machen wir noch. Dann haben wir auf jeden Fall genug Luft. Warte mal, wir können hier heute auch die Spinne rufen, ne? Super. Trotzdem bleibe ich ganz gerne bei der Madame Butterfly. Gut, die blauen brauche ich jetzt nicht so zwingend. Ich weiß halt nur nicht, wo ich die roten Dinger herkriege. Ja gut, wir kriegen hier auch gut Dingsbums, ne? Wir kriegen hier halt auch sehr gut, ähm... Materialien. Aber machen wir mal weiter. Ich habe das Gefühl, wir sind relativ gut ausgerüstet. Da bin ich auch mal gespannt. Bayo, Mario. Ah, ins Feudale China. Ist eigentlich schon echt mies. Mit solchen Waffen wie die solche Viecher. Zeitachse dieser Welt ist synchron mit deiner. Denn, wenn... Was? Wenn gleich sich diese Zivilisation etwas anders entwickelt hat. Ich sah bereits exakt 2043 ähnliche Welten. Wie, doch, scheiß ich außerhalb deiner eigenen Zeit zu bewegen, nicht wahr? Ja, und ich ziehe es vor, sie... Was? Sie nicht dein... ...verfolgen zu lassen? Herrlich. Ich will nichts sagen, aber das machen sie ganz gut. Besser als das moderne Militär. Die ja in meinen Augen nichts gebacken bekommen haben. Aber ich habe das Gefühl, dass die, glaube ich, ausgebildet wurden. Was tun wir ja? Keine Ahnung, was ich hier gemacht habe. Nee, die lasse ich mal, weil die scheinen auf unserer Seite zu sein. Aber da unten ist noch was. Vielleicht sollte ich hier unten mal gucken. Nee. Das war nur einmalig, okay. Die sieht schon geil aus. Läuft schneller, flüssiger und angenehmer als Pokémon. Ich kann es nicht oft genug sagen. Nintendo. Beziehungsweise... Game Freak. Damit habt ihr euch selbstens ausgeschossen. Ihr habt die Vorlage für schlechtes... ...äh, für schlechtes... ...äh... ...für Spieleabzocke mit Pokémon Kamosin und Popo geliefert. Den Schuh müsst ihr euch jetzt anziehen. Ihr seid jetzt die ewigen... ...Player-Scammer. Mediocre-Scammer. Mediocre-Scammer. So, ab in die eiserne Jungfrau mit Game Fail. Ach ja, Game Freak und sein Marketing-Chef. Ich hab immer das Gefühl, wenn große Firmen... ...in die Hände anderer gegeben wurden... ...dann hat man immer ein Problem. So, so langsam hab ich das Gefühl, komm ich jetzt wieder in die Steuerung rein. Wie, ich kann nicht über das Dach... ...das ist ja lame. Aber immerhin. Komm ich auch durch das Tor oder muss ich theoretisch hier drüber? Ich will jetzt die Kanonenkugel nicht kaputt machen. Würde bestimmt auch wieder irgendwas geben. Aber... ...hab ich jetzt nicht zwingend vor. Muss ich hier runter? Nein, muss ich nicht. Das gab also wieder... ...Items! Items! Okay, die kann ich nicht kaputt machen. Nee, das sind auch Waffen. Okay. Diese Lümmel. Viel können sie nicht machen, ne? Die guten Boys. Au. 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 Aber gleich wieder... ...Dark Souls Quilak Vibes. Als Spinne sind wir zu schnell. Ach so. Ja, der ist runtergefallen. Okay. 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 So. Okay. Okay.